weil ich glaube da sind noch wo er drin ist oh da ist der bonzer oh da hinten da ist nichts hier drin aber klappt da oder vielleicht dann hätten wir noch dann sind wir fällig tja da haben wir uns wieder ein paar Typen überrascht da sind sie die kümmern denn den bonzer zerstören da sind wir uns wieder Was schießt denn da? Der da hinten. Ah! Woher ich doch noch drin hab? Oh, der ist auch noch. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Den Korner an Schlüssel? Das gibt's ja nicht. Sonst war doch die DMO fort. Oh, oh, oh. Fein! Oh, oh. Nix. Mini-hit. Ah, nix. Ah, nix. Oh, oh, oh. Oh. So, wir kommen in den 20. So, wir kommen mal ein bisschen Gaudi, vielleicht kennt man es dann. Ah, da schaut er schon her. Kämmerdanns, auf jeden Fall. Oh, das ist wieder was langs. Die Mission dauert, glaub ich. Nicht Kontakt! Folgen! Folgen! Nehmen wir mal meine Männer mit. Vielleicht schaffen wir es dann leichter. Da drüben sind sie! Das Mal hat er es hinter sich gebracht. Jetzt muss ich noch mal schauen. Jetzt fällt mir gerade etwas ein. Und zwar wegen einem Schlüssel. Position halten! Flader! 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 Hier bleibst du drin. Flader! 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 wir zu viel dabei so und jetzt können wir den Panzerbekämpfer das war am besten von Oma jetzt ich weiß ob das sie hier hat ich sehe sie aber kaputt ist sie noch nicht zur Ponserfaustmiet Feindkontakt Feind gesichtet sag mal worum der her gut Feind gut ich hoffe das war's da rum mit denen jetzt werde uns der Ponser abschließen da sind sie Sichtkontakt ja tut das denn überhaupt was das ist die letzte ist die Feind in Sicht mit dem Panzer mit dem Panzer ist das so eine Sache da sind sie ich sehe sie da sind sie feind getötet ha Gott sei Dank den haben wir jetzt weg den haben wir jetzt weg jetzt jetzt hören wir uns unser Knochen wieder hier 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 hier